Power, Punch, Smite, Lore, Lock of Sea, Looting 2, wenn dann würde ich es ja gerne übertrieben mit Looting 3. Looting 2 and Efficient, das ist eigentlich auch okay, Looting 2 and Efficient Ja? Kannst du die Bücher doch kombinieren erst oder nicht? Ach ne, Looting gab es denn nur? Ne, Fortune war nur auf 1, ne? Ne, Silk Touch. Silk Touch geht es nur auf 1. Geht Looting auf eine Spitzsacke nicht? Musst du doch eigentlich oder nicht? Da soll Looting auf die Spitzsacke gehen. Wegen mehr Ertrag? Redstone. Das ist Fortune. Das ist Glück. Oder Luck. Ah, Looting geht nur auf Schwertern. Ja, Fortune musst du aufmachen. Ja, sucht gerade. Knalltüte. Ach so. Ach so. Hallo. Hm, wolltest du nicht da reinboxen? Nö. Ja, wolltest du. Du hast es genau gesehen. Fanta eben nur. Ja, ja, nur so eben mal. Ist klar. Fanta eben nur. Hm. Sagen sie alle. Dann waren sie alle im Loch. Du, 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 du. Du, 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 du. Heppa. Mhm. 異h. Ich kann die Hände nicht mehr sehen. Schabalabadingdong! 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 Schabaalabadingdong! Ein bisschen Schabalababumbumbum-bumbum! Schabalababumbumbum Ach, ich brauch doch nur Kupfer! Kupfer-E-W Lubriss ochr-Havn utryggs kopfers gummi bot bist du denn da ein eischöntchen eischöntchen tot eischöntchen eischöntchen zinn ist klar aber kupfer ist aber voll nein nein ja nein ja doch nein vielleicht wow wo kommt die spinne denn her aus dem pappel doch pinnoball ist ausgeleuchtet pappel doch kam sie ach halt die schnauze doch nein popo spider gewesen was willst du eine popo spider war das ist nur kurz weiter berg einfach mal reingehen aua das ist regen der wehtut warum es gibt es hier regen der wehtut ja wichtig würde sagen alter was hast du mich denn da oh ist das der regen der das abtrennt das land das kann sein es gibt es ja auch so ne smug wolken die dich auch vergiften irgendwie scheint so zu sein gibt es ein schutzschild der ist aber echt immer um den ganzen berg hier rum ein bisschen komisch vielleicht irgendwas drinnen ob ich nicht hin darf noch nicht hin darf irgendwann darf ich da mal hin ich habe das erste schloss gefunden ja da soll ein schutzschild gleich auftauchen wenn du näher kommst sterbe ich dann? ja oder ist es nö du kannst noch nichts abbauen die wände nicht aber das greift dich so ein komischer kleiner pisselefant an nö also bin jetzt gerade reingegangen kurz ist nichts passiert mhm ok gut zu wissen aluminium gravel ne wenn du versuchst abzubauen ne das mach ich jetzt gar nicht dann fängt er an zu fly ne lass mal bin ich jetzt nicht so der fan von nach dem pisstörer kannst du so killen ganz einfach ja aber der ist noch nicht der fan ganz von ne der pisstörer ach so da musst du diese magic ähm die magic map focus machen ne kann sein ja war das grad bei der musik was oder ist hier grad ne wisp durch die gegene geflogen kann ne wisp sein wenn ich sowas ähnliches auf jeden fall gehört grad ganz schnell passieren auf jeden fall mit so ner rahmenfeder weil was du machen musst ja zwei stück habe ich achso ist hier was drunter immer weiß ich gar nicht weiß ich gar nicht sooo jau jau jajaja und quant어나 jaja jaja glaub embassy jaja jaja muss ich auch nicht züchten ich bin spawner dann darf man uns darf man warum ist das huhn jetzt gestürmt natürlich interessant das kann ich mitnehmen ich habe einen diamanten ho bekommen ich geh erstmal das ganze labyrinth hier entlang was her also nicht weg glaub ich auch wie finde ich das gerade nicht mehr kurz sagen wo sind ja die spinnen ich brauche nicht brauche nicht auch weg ich bin schwer zu regnen ehrlich aber auch gleichzeitig angefangen zu regnen in dem twilight ok na dann so die haben wir aber ich wundere echt dass zwei dazu ganz ganz locker läuft hier ganz gechillt da ist er hecken spinne hecken spinne komm her ob jetzt nehme ich hier von mit hier nehme ich gar nichts mit lohnt sich nischt ok ja so zack 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 auch da rein Guck, dann kann ich da mit drauf gehen. Geh nicht. Aua, das ist kein Schaden. Boah, zweieinhalb Stunden schon wieder. Weiß ich gar nicht. Hm? Weiß ich gar nicht. Jetzt ist wieder so schlecht. Ey, ich sag ja, zweieinhalb Stunden schon wieder. Ja, aber du musst dann sagen, dass wir auch noch zwischendurch die Aufnahme abgebaut haben. Ja, ja, gut. Hit Ring. Da hab ich's denn getan. Warum auch immer. Brauch ich nicht, brauch ich nicht, brauch ich nicht. Äh. Können wir das ja wegschmeißen, brauche ich nicht. Wie ich ja. Gibt's denn noch mehr? Hm? Hier gibt's auf jeden Fall nix mehr. Hm? Ach, ich geh gerade durchs, wie gesagt, durchs Labyrinth. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Meser Stone. Meser Stone heißt doch eigentlich, dass hier drunter irgendwas ist. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Normalerweise schon. Normalerweise. Aber auch nur normalerweise. Das war so. Dann kommt das hier wieder. Ja. So. Zack, 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 zack. Weiß aber auch gar nicht mehr. Oder war das alte Ruin? Und das war schon wieder falsch. Weiß ich nicht. Bin so blöd. Ja. Ach so, ich. Ey. So. Wollen wir da mit. So. Einfach mal ein bisschen runtergraben. Ich frag mich halt immer noch, warum immer zwei Lexica Botania als Rezepte drin sind. Keine Ahnung. Hm. Ich weiß es nicht. Du hast doch eh nie Ahnung. Hm, hm. Hab ich auch nie. Ja. Was kann ich nur für die wollen. Gut. Weiter geht's. Habst du denn? Ein kleines Fländchen, was wackelt denn da hinten oben? Oh, oh, weiß ich nicht. Hallo, Webber. So. So. Dann. Hm. Baum. Ich will doch nur Kupfer haben. Kupfer. 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 Oh! Da kam Müdigkeitsfaktor. Jetzt sollt wieder was essen. Mein Tank ist alle. Okay. Mein Mampftank ist alle. Ja, ist er das? Wow. Mein Fresstank. So, dann wollen wir mal gucken. Kann ich denn da so hin oder tut's weh? Zack, zack, zack. Zack, zack. Das andere... Nope. Brauch ich auch.